Sag. Wann willst du denn eigentlich abhauen? Bald. Na bald, ist mir los! Wieso habe ich das nicht gemacht? Geh sicher! Geh gescheißen! Das Blöde ist nur, dass ich ohne meinen Pass weg bin. Ohne Pass komme ich nicht über die Grenze. Musst du unbedingt über die Grenze? Ja sicher! Was soll ich denn tun? Das ist vielleicht gut fürs Erste, weil keiner auf die Idee kommt, dass man so in der Nähe sein könnte. Aber für länger! Du bist ja wahnsinnig! Du? Vielleicht tut es ihm eh schon leid. Wem? Dem! Dem tut höchstens leid, dass er mich nicht erschlagen hat. Nein! Am Freitag gegen halb neun geh in die Wohnung. Sitzt da garantiert im Wirtshaus. Dann hole ich meinen Pass. Nur die Müller darf ich nicht sein, die alte Tratschen. Wenn die ihm erzählt, dass ich da war, geht er womöglich da noch zur Polizei. Meinsch nicht, dass er schon längst dort war? Du bist ja schon eine ganze Woche weg. Der zur Polizei? Nie! Den haben sie viel zu oft mitgenommen, weil er besoffen handeliert hat. Freiwillig geht er nicht zur Polizei. Blöd, weil nur, wenn die Schule was unternimmt. Hat der Riesner was gesagt, weil ich nicht mehr da bin? Nein! Du bist froh, dass du mir aus ist! Beruht auf Gegenseitigkeit! Das kannst du ihm ruhig sagen! Au! Warum gehst du nicht zu deiner Großmutter? Ja!